Es kam sei also ich habe letztes video freitag geladen samstag kam kein video das war daran bei twitch probleme hatte bei der xbox scheiße aber Jetzt bin ich wieder da Ich wollte euch ja eigentlich noch das ding zeigen wo du die neue herausforderung bekommst das problem ist ich habe es schon gemacht einfach so kann ich euch zeigen ich bin einfach sagen der lang und dann habe ich es gleich sozusagen gesehen habe es eingesammelt ich war aber dumm ich habe gesagt ach scheiße ich hätte es ja aufnehmen können da hätte ich euch das zeigen können jetzt habe ich ihn leider schon aber ich zeige es euch trotzdem wer es vielleicht noch nicht hat diese zwergmission habe ich auch wenn dazu hilfe braucht schreibt es in die kommentare ich brauche hilfe dann zeige ich euch darüber auch noch aber in der nächsten season dann das ist ein neues skin hier den hätte ich mir auch kaufen können aber wollte ich nicht auch noch mal hier hin kann man jetzt auch anzoomen ich glaube das würde ich mal überlassen ein bisschen laut ich zeige es jetzt einfach hier da müssen wir ein bisschen genau hier hin also hier gibt es die karte also hier gibt es die karte dann und da könnt ihr das machen aber ich zeige euch gleich das das hasse ich dann was ist es was ist es so zack raus ja ja macht einfach flieg 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 ist natürlich nicht am start ich weiß nicht wo der schon wieder rumhängt ist wirklich geiles wetter aber ich habe keinen bock um raus zu gehen ich zeige lieber fortnite und gönn mir einfach so fliegt einfach war vielleicht ein bisschen zu früh das müsste funktionieren so er fliegt da hier oh mein gott ihr habt es eigentlich gleich Moment wir müssen es einfach nur noch da 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 und dann ist es hier hier ist es gleich hier ist es es wird ja bei mir nicht angezeigt ich weiß es schon aber warum leckt das jetzt schon wieder wie sonst sowas oh mein gott jungs wo ist er hä oh mein gott du hä was für den Lack hat der denn bitte oh du Hurensohn echt mal ohne Witz jungs das ist so lächelig jetzt das war jetzt wirklich ey es kommt lächerlich finde ich das lächerlich oh mein gott oh Gott also und zwar ich war die Woche eigentlich ich muss sagen wirklich leicht diesmal Alter also das sind mir scheiß Zwergen obwohl das hätten sie eigentlich auch schwer machen können aber wenn man dann weiß wo die Zwerge sind ist es eigentlich doch nicht so schwer ok 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 kommt das jetzt auch manchmal Fehler beim Spiel Ding oh noch ein, zwei, drei Wochen noch oh dann kommt die neue Season was was fehlt mir eigentlich noch ich kriege jetzt nochmal W-Bucks dann kriege ich das oh holy moly ah vielleicht schaffe ich den nicht mehr denke ich ich würde ihn schon gerne haben den den seltensten Mann hier aber ich denke mal dass ich den nicht schaffe naja dann wird er Glück dann halt in der nächsten Season dann machen wir dann in der nächsten Season Action das ist die zweite Season ich hoffe noch zu dir schreibt die noch und sagt ja ich komme gleich hier an aber ich glaube das nicht ja ja ihr könnt ja immer in die Kommentare schreiben wie ihr so ja woran verbracht habt ach woran ja ihr könnt auch machen aber wie ihr so die Ferien verbracht habt wenn wir dann noch schreiben ich muss ja sagen ich geh wir haben shifty ah shifty shifty die und habt ihr schon mal ein paar auf dem Handy gespielt auf dem Handy gespielt ich habe es einmal gespielt das hat er so geleckt fand ich ich habe es gleich auch noch geschmissen muss ich sagen also ich fand es nicht so ich habe gesagt oh guck ok cool sieht nice aus weil ich ja selber mal PUBG gezockt habe wie ihr vielleicht wisst und dann wo ich das so gesehen habe ach ne das habe ich auch ne oh Gott oh ich bin hierfür oh guck doch mal wenns dann wieder so leckt hinten ist er oh mein hä oh mein Gott sieht ihr das was war das oh 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 mein fucking Gott! Das war wirklich schlecht. Oh, hä? Ich hab den Hedgehot gegeben, aber das Übelste! Und, oh man! Mann! Das ist so lächerlich. Ist das lächerlich. Und die Schüsse nicht mal connecten. Das ist schon wieder so... ...binlos. Warum steht immer das Spielersuch abgebrochen? Weil die nicht farschen? Ja. Jetzt noch mal, Junge. So was lächerlich ist, hab ich mir gedacht, ey. Hm. Wurden wir es noch mal. So was lächerlich ist, hab ich noch nie erlebt, wie es geleckt hat. Also ich hab den Evis in Hedgehot gedrückt. Der hätte auch easy als Hedgehot durchgegeben können, aber... ...schöse connecten nicht. Ist für mich das aber bin not. Was? Manchmal gibt's sogar den neuen Bug, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas gehört habt, von dem Waffen-Bug. Und wenn ihr... ...wisst wie das... ...also... ...wenn ihr das mal habt, den Waffen-Bug, müsst ihr einfach kurz auf Bauen gehen. Und dann wieder gleich auf die Waffe. Dann funktioniert das wieder. Ich geh hier unten mal... Oh mein Gott, das fliegt ja... Oh! Blaue! Die blaue One-Shot sind nämlich... ...hab ich mitbekommen. Ich sag vielleicht eigentlich, dass ich mich mitbekommen anlegen will. Dass man ordentlich spielbar wäre. Von wo? Kommt der von wo? Ja, ey! Er würde viel anders laufen, ne? Wo ist er denn? Kleine Ruhe. Ich bin in der Hand. Ich bin in der Hand. Was ist er denn? Ich bin in der Hand. Ich bin in der Hand. Ich bin ich in der Hand. Oh mein Gott! ich habe den geballert das ist so lächerlich ich habe auf ihn wirklich das habt ihr selbst gesehen lächerlich das stimmt wenn sie noch leckt abnormal ist sowas noch eine runde extra eimer sich durch das ist noch ein klei das ist noch ein klei Wie gesagt, Twitch hatte da Probleme, irgendwas mit der Xbox, da konnte ich halt nicht streamen. Und so keine Videos aufnehmen sozusagen, aber jetzt funktioniert wieder anscheinend alles. Man sollte sich bei Twitter gucken und da standen wir da, vor 4 Tagen haben die ein Problem gehabt. Das hat so lange gedauert, wo ich mir auch so dachte und ich war auch schon. Das kann ich mal mitnehmen eigentlich. Das fängt jetzt schon an zu lecken, ich würde das eigentlich durchziehen. Obwohl die Runde mal noch so gut wie möglich abzuschließen. Er wollte mich ja schon wieder verarschen. Das war's für den Komplett. Ich frage mich, was er seine Mission jetzt war. Habt ihr jetzt seine Mission so verstanden? Also ich nicht. Also ich hätte auch so gedacht, oh ein Gegner, den kann man bestimmt mit Kanaden töten. Da hat er mich einfach, hat sich einfach mit töten lassen. Da sagt man lieber das, was wir den Komplett... Ich würde sagen, der hat die Kiste ja gelootet, das war ich ja aber. Farmers, naja, ich finde die jetzt nicht eigentlich so, weil die spielen auch nicht mit sehr so gerne. Ich muss nicht sagen, ich will lieber wenn, dann schon mit. Also Schilden ist, meinen Sie halt gut mit mir. Na, etwas ordentliches Schrot. Kompliment. Da ist die Kiste. Drinnen. Hä? Okay. Ich weiß, das ist ein bisschen dumm. Ich nehme aber die Schildes mit, weil die kann man sich besser einführen. Schneller einflößen ist halt effizienter. Bin ich gut an der Sau? Oh ja, bin ich. Alter, eine goldene Scar. Was habe ich bitte für ein Lack? Goldene Scar. Das wird hier mein Titel. Was habe ich bitte für ein Lack? Hm, Stormgewehr wäre auch köstlich, mächtig. Aber... Ein Danke. Ich habe wieder hier eine Kiste am Start. Ich mache das extra hier, weil ich eigentlich... Oh mein Gott! Was ist das bitte für eine Runde? Ist auch noch... Die Schilden ist echt gut. Hier noch ein Schilden ist. Eine Fresse. Wenn die Runde so schmächtlich ist... Köstlich. Köstlich würde ich dann mal sagen. Und da kommt noch ein Lootop. Das war's für ein Komplett. Und noch ein Lootop für einen. Was will man denn? Ja. Den können wir uns auch mal direkt in den Lootop. Bei den Lootop mache ich noch mal ein anderes Auge. Ich würde sagen, das ist mein Lootop. Komm runter, mein Junge. Gib mir mal was schönes. Ein Trampo. Oder so wenn. Schmächtlich. Ja... Was ist denn das? Sniper. Das spiele ich nicht so. Aber eigentlich ist das... War okay. War okay. Eigentlich ja nicht. Weil... Hab ja keinen. Ich such die Gegners eigentlich mal. Hier war... Winten hier war da auch keiner. Da kann man auch looten. Da kann man auch looten. Eigentlich auch entspannt. Kiste oben oder was? Oben. Hier an der Seiten. Oben an der Seite. Hier. Hier. Ich glaube dahinter. Ach. Ich habe wieder eine Farmer. Oh. Die mag ich auch. Da muss ich mich entscheiden. Und ich entscheide mich. Da geht's mal weiter. Ach. Hier ist... Ah. Das war dieser... Kasten hier. Die neue Automaten. Die es ja gibt. Ich habe mir gedacht. Was war denn das jetzt? Das beste Letzte noch irgendwie so. Aus meiner Sicht. Ich weiß. Ich habe nicht alles... Lami oder so mal. Zu sehen. Ohne mal einen Gegner. Ich fühl mich so... So leer. Könnte man... Placen. Na Placen. Könnte man Action suchen. Aber... Nein. Danke. Daraus. Verzichte ich. Wurgebaum. Mal einen Gegner hier zu finden. Oder so. Ja. Köstlich. Aber irgendwie... Verstecken die sich? Haben die keine Lust? Was ist mit euch los? Kommen wir raus. Kommen wir raus. Wie klein groß. Die müssen dann... Die haben einen Zonendruck. Bläsenfarbe wird bestimmt so ein bisschen Zonen sein. Also... Zonen ein bisschen sein. Die von Tiltes werden Zonendruck bekommen. Ein bisschen. Aber die hier... Die haben auch Zonendruck, wenn da einer oder zwei sind. Oder einer vielleicht noch. Der hat Zonendruck. Aha. Aha. Jaja. Renten. Sniper hätte ich doch mit dem sollen. Egal. Lass mal luden. Lass mal luden. Der wird dann hier so kommen. Dann fange ich ihn ab. Ja. Und er fängt mich ab. Ich hab ne Bauerposition. Im Gegensatz zu denen. Muss ich sagen. Hohe Position ist am Start. Ah. Der will über Tiltes laufen. Der geht zu Tiltes. Der denkt sich auch so... Komm. Wie ist denn man auf dem Fersen? Oh oh. Was mach ich da drüber? Und er zählt wirklich einfach bei Tiltes. Und guckt halt vom Berg. Ob man da vielleicht ein, zwei killen kann. Können ja sein. Machen ja manche. Kann ich doch nicht verübeln. Da läuft's ja. Ein 30er. Zweimal. Oh ne. Ganz dumme Idee was ich getan habe. Ganz dumme Idee. Das war's. Komplett. Das war's komplett. Ich muss sagen. Die eine hat nicht geneckt. Das fand ich. Oh. Meine Fresse. Bibi Bara Jackson. Gebt das Ding ja. Total hier eigentlich zu nehmen. Aber ich nehm's jetzt einfach. Ich mach auch ein YOLO. Oh mein Gott. Weiter. Scheiß drauf. Verfolgen wir den. Treff. Oh mein Gott. Das war ein Glückstreffer. Oh mein fucking Gott. Der war wirklich Glück gehabt jetzt. Also da. Hab ich schon ganz schön gezweifelt hinter mir. Da war ich jetzt aber. Bisschen. Ich muss sagen. Bisschen zu leichtsinnig auch. Muss ich sagen. Aber ich hab's drin bekommen. Alles gut. Alles gut. Wir sind in der Saun noch. Ganz in Ruhe. Kein Stress. Machen uns natürlich auch keinen Stress. Ach. Gegner noch. Also sieben. Was haben wir mit hier so großartig zu verdienen? Ah. Ah. Er denkt so. Uh. Wir können hier mal ne. Base aufbauen. Connected. Ey. Connected. Oh mein Gott. Das hab ich getan. Das hat nicht mal connected. Ah. Naja. Na gut. Schöne Ende. Ficken. Ach. Hätte mal connecten können. Altes Haus. Naja. Naja. Passt. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Mach's gut. Und. Ah ne. Das Video kann ja nicht mal. Ähm. Was für ein Glück haben. Weil ich müsste es in den Schwerzkarten. Naja. Was soll's. Okay. Massegut.